Ja, auch von mir, ja, ich grüße euch auch alle recht herzlich, schön, dass ihr da seid, hier vor Ort, auch online, dass ihr da zugeschaltet habt. Heute habe ich, ja, ich weiß auch nicht genau, wie ich das nennen soll, ich glaube, eine Art Bibelarbeit vorbereitet oder heute wird es nicht einfach so leichtes Essen geben, was wir einfach so snacken können, wir werden gemeinsam einen Text lesen, ich werde dann den Text kommentieren oder auch auslegen oder ein paar Gedanken dazu auch sagen, aber ich hoffe, dass wir heute trotzdem einiges mitnehmen können oder mitnehmen werden. Ich werde in den nächsten, also nicht nächstes Mal, sondern auch nächstes Mal sind wir weg, sind wir mit den Visionswochen unterwegs, aber die Wochen darauf möchte ich gerne noch bei diesem Thema auch weitermachen und zwar möchte ich gerne über den Heiligen Geist zwei, drei Einheiten gerne mit uns machen und danach auch gerne noch zwei, drei Einheiten über Gebet, weil Heiliger Geist, Thema Heiliger Geist ist sehr, sehr wichtig und auch das Thema Gebet, man kann sie nicht voneinander trennen. Und ich glaube, wenn wir den Heiligen Geist nicht so gut verstanden haben, dann werden ja auch in unserem Glaubensleben, auch Gemeindeleben, werden wir auch nicht gut vorankommen, wir werden nicht viele positive Erfahrungen machen mit Gott, wir werden eher ein Bemühen haben, ein Anstrengen haben und auch immer wieder versagen und irgendwie in so einen Teufelskreis drauf reinkommen, wo wir uns immer Mühe geben, Kraft verlieren, erschöpft sind, werden wir nicht verstehen, wie eigentlich der Heilige Geist wirkt und dass wir es eigentlich nur mit ihm schaffen können. Dazu lesen wir noch einmal heute das ganze Kapitel in Römer 7 und einen Teil von Römer 8 und genau, wir werden es halt mit diesem Thema beschäftigen. Ich möchte nochmal auch gerne noch beten. Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir durch deinen Sohn, durch unseren Herrn und Heiland, unseren Erretter, unseren Messias. Wir danken dir, Herr, dass du dich für uns am Kreuz hingegeben hast, dass du uns erkauft und erlöst hast und dass wir jetzt, Herr, durch den Glauben an dich, Herr, Vergebung der Schuld und Sünde haben und dass wir nicht nur das haben, Herr, sondern dass du uns erfüllt hast, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass du einen Teil von dir, deine Natur in unser Herz, Herr, ausgegossen hast und dass wir deinen Heiligen Geist haben, den Helfer, den Tröster, den Beistand, den Anwalt, der uns beistet, der uns hilft, Herr, und ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass du heute durch deinen Heiligen Geist in unserer Mitte wirkst, Herr, und dass wir mit dir heute durch deinen Geist Gemeinschaft haben können. Im Namen Jesu, Amen. Also, ihr dürft gerne mitlesen, der Lukas wird da weiterklicken und genau, der Text ist nicht so einfach zu verstehen, ich habe hier die Hoffnung für alle mitgenommen, falls ihr auf euren Handys da irgendwie auch mitlesen wollt oder so, dann Hoffnung für alle. Genau, meine lieben Brüder und Schwestern, ihr kennt doch das Gesetz, dann wisst ihr ja auch, dass es für uns Menschen nur Gültigkeit hat, solange wir leben. Was bedeutet das? Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist an ihren Mann durch das Gesetz so lange gebunden, wie er lebt. Stirbt der Mann, dann ist sie von diesem Gesetz frei und kann wieder heiraten. Hätte diese Frau zu Lebzeiten ihres Mannes einen anderen Mann gehabt, wäre sie eine Ehebrecherin gewesen. Nach dem Tod ihres Mannes aber ist sie frei von der Verpflichtung des Gesetzes. Niemand wird sie eine Ehebrecherin nennen, wenn sie als Witwe einen anderen Mann heiratet. Genauso war es auch ihr gebunden und zwar an das Gesetz. Aber ihr seid davon befreit worden, als Christus am Kreuz für euch starb. Und jetzt gehört ihr nur noch ihm, der von den Toten auferweckt wurde. Nur so werdet ihr vor Gott Frucht bringen, das heißt, leben, wie es ihm gefällt. Ich werde kurz erstmal auf diese Stelle eingehen und dann lesen wir auch weiter und später kehren wir nochmal zurück zu dieser Stelle. Also hier wird nochmal erklärt, hier spricht der Paulus und er sagt, ihr kennt doch das Gesetz. Wir alle kennen das Gesetz. Was ist das Gesetz? Das Gesetz ist etwas, was fordert, es verlangt. Besonders im Alten Testament, wenn wir das Gesetz sehen, dort wurde der Wille Gottes, das, was er wirklich will, wurde in steinenden Tafeln sozusagen mit seinen Finger oder Finger eines Engels eingraviert in die Tafeln und damit das, auch dieses Bild, es wurde nicht nur einfach auf Papier geschrieben, sondern in steinenden Tafeln eingraviert, etwas wirklich festgeschrieben, solides, unabänder, du kannst nicht einfach hingehen mit dem Tintenkiller irgendwas wegmachen, sondern es ist wirklich fest und dort wird die Forderung Gottes an uns Menschen gestellt. Was will Gott von uns? Ja, und dann steht da drinnen, dass wir keine Götter haben sollen, es gibt nur einen Gott, an den wir glauben sollen, dann zusammengefasst, wir sollen den Sabbat heiligen, wir sollen Vater und Mutter ehren, wir sollen nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen und so weiter und so fort. Also ihr kennt das Gesetz, wir kennen das auch. Wir kennen nicht nur das Gesetz, genauso auch wie es im Judentum nicht nur die 10 Gebote gab, sondern es gab auch noch die 613 Gebote dahinter, wo die die kleinsten Regelungen im Leben der Menschen gehabt haben, sei es Umgang miteinander, sei es Ehe oder wie auch immer und so weiter, dass das auch alles Teil von diesem Gesetz ist und ich denke bei uns Christen ist es nicht viel anders. Wir haben auch, wir kennen das Gebot, wir, die meisten Menschen auch in der Welt, also auch wenn sie nichts mit Gott zu tun haben, das sagt ja auch die Bibel, dass eigentlich das Gesetz in unser Gewissen hineingeschrieben worden ist und wenn wir ein bisschen nachdenken, ein bisschen feinfühlig sind, werden wir auch alle dahinter kommen, dass diese Gesetze eigentlich gut sind. Jeder, keiner möchte beklaut werden, keiner möchte beraubt werden, keiner möchte belogen werden, keiner möchte geschlagen werden, keiner möchte getötet werden, das sind einfach ganz banale Gesetze, die super klar und deutlich sind und doch haben wir große Schwierigkeiten, das in unserem Leben einzuhalten. Und was wir noch gemacht haben, auch obwohl wir uns nicht nach den 613 kleinsten Geboten und so weiter richten im Alten Testament, was ja auch nicht unsere Aufgabe ist, haben wir trotzdem Christen glaube ich viele, viele kleine Gesetze. Man kann Gesetz auch noch anders übersetzen, würde ich sagen, oder nicht anders, sondern andere Wörter dafür finden. Zum Beispiel, in meinem Fall ist es nicht unbedingt ein Gesetz, ich sage nicht, ich zum Beispiel, ich muss nett mit meinen Kindern umgehen, ich muss meine Kinder lieben, ich muss, das Wort muss kommt da drin hervor, ich muss, das sind schon kleine Gesetze. Oder ich muss jeden Tag aufstehen und ich muss beten oder ich muss evangelisieren gehen oder ich muss den Zehnten geben oder irgendwas geben und dann haben wir schon einen Haufen von Dingen, die wir, wo wir so eine Anforderung an uns selbst stellen und eigentlich ganz oft auch damit Schwierigkeiten haben, vielleicht auch mit gewissen Sünden, junge Leute, erwachsene Leute, dass wir sagen, ich darf die Sünde nicht tun, ich sollte zum Beispiel nicht so zornig sein oder je zornig sein und je mehr wir uns Mühe geben, das ist etwas, was wir oft erleben, umso mehr scheinen wir zu scheitern und dahin kommen wir auch gleich. Und hier heißt es in Vers 4, genauso wart ihr auch gebunden, zwar an das Gesetz, auch wir sind gebunden, die ganze Welt ist wirklich, wie viele Gesetze haben wir in der deutschen Verfassung oder in dem Gesetzbuch drin, wo wir einfach versuchen, die Natur des Menschen zu regulieren, weil der Mensch einfach ein Wesen ist, welches gegen diese Gesetze geht. Der Mensch ist einfach, und das ist das, was die Schrift sagt, eigentlich von Grund auf egoistisch, ein Sünder oder auch Böser, wo er ja nur an sich selbst denkt und diese Selbstlosigkeit muss er erlernen, das hat er nicht von Natur aus gegeben. Also ich kenne auch kein Baby, das nachts schreit und dann wach wird und denkt so, boah, ich habe Hunger und dann denkst du, oh, Mutter ist am Schlafen, ach komm, dann werde ich erstmal nicht schreien, ich warte mal, bis sie wach ist und dann werde ich loslegen mit dem Schreien. Nein, Baby wacht auf, schreit, geht mir jetzt zu essen, Mutter komplett verpeilt, wacht auf, füttert, stillt das Kind und dann ist das Kind happy, schläft ein und die Mutter als Chef wieder im Bett. Ja, also der Mensch ist fordert und verlangt und so. Genau. Und dann heißt es hier in Vers 4, genauso weit auch ihr gebunden und zwar an das Gesetz. Wir waren, hier ist Vergangenheitform, wir waren gebunden. Viele sind von uns noch gebunden und versuchen immer noch das Gesetz einzuhalten. Aber ihr seid davon befreit worden, als Christus am Kreuz für euch starb. Das heißt, in dem Moment, wo Christus für uns am Kreuz starb, ist etwas passiert. Da kam eine Wende hinein in das Leben eines gläubigen Menschen, der an Jesus glaubt. Und jetzt gehört ihr nur noch ihm, der von den Toten auferweckt wurde. Nur so werdet ihr für Gott Frucht bringen. Nur so, also nur so werdet ihr für Gott Frucht bringen. Das heißt, leben, wie es ihm gefällt. Also das heißt, nur durch Christus kann ich ein Leben leben, welches Gott wohlgefährlich ist. Und hier heißt es auch nochmal, wenn wir ans Gesetz gebunden sind, zum Beispiel, ich bin jetzt verheiratet und wenn meine Frau stirbt, darf ich nach dem Gesetz wieder heiraten. Das heißt, dann begehe ich keinen Ehebruch. Solange meine Frau überlebt und ich gehe zu einer anderen Frau, dann habe ich mit ihr die Ehe gebrochen. Merken wir uns mal diesen Gedanken. Also ich darf nicht eine neue Frau heiraten, bis meine Frau nicht tot ist oder ich gestorben bin und dann darf sie auch weiter heiraten. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Ob dann die Kinder damit ein Problem haben oder nicht, es ist in Ordnung. Laut nach der Bibel, laut Gesetz ist es okay. So, wir lesen weiter. Vers 5, von Natur aus waren wir, Vergangenheit, waren wir einst der Gewalt der Sünde ausgeliefert. Ich weiß hier genau, wie es euch geht, aber wenn ich diese Dinge lese und als jünger Mann und auch heute noch, wenn ich mich damit beschäftige, von Natur aus waren wir einst der Gewalt der Sünde ausgeliefert. Ausgeliefert, das ist so wie, als wenn du unter, keine Ahnung, in Spanien haben wir große Gewitter, du bist im Gewitter ausgeliefert, du bist im Hurricane ausgeliefert, du kannst nichts dagegen tun, du bist ausgeliefert, du bist im Sturm ausgeliefert. Von Natur aus waren wir einst der Gewalt der Sünde ausgeliefert und wurden von unseren selbstsüchtigen Wünschen beherrscht. Also das Ich, das ist der Ursprungsmensch, das Ich steht im Mittelpunkt und ich bin süchtig nach mir selbst und ich werde von meinen Wünschen oder meinen Begierden beherrscht. Durch das Gesetz wurde die Sünde in uns erst geweckt, sodass wir taten, was letztendlich zum Tod führt. Hier kommt nochmal die Erklärung, wozu überhaupt das Gesetz, warum hat Gott überhaupt die 10 Gebote gegeben oder die 613 Gebote gegeben, Wozu hat er überhaupt das Ganze gemacht und hier wird das jetzt erklärt, wozu das Gesetz da ist. Vers 7, soll das alles nun etwa bedeuten, dass Gottes Gesetz sündig ist, weil davor heißt es ja, wenn das Gesetz nicht da ist, werden diese ganzen Sünden in mir nicht erregt. Das heißt, ich bin ein Sünder von Natur aus und Gott gibt extra das Gesetz dazu. Ich lese das Gesetz und in dem Moment, wo ich das Gesetz kenne, merke ich in mir plötzlich, dass all diese Begierden wach werden, nur weil es das Gesetz gibt. Jetzt könnte ich natürlich eine negative Haltung gegen das Gesetz bekommen und sagen, warum hast du überhaupt das Gesetz gegeben, das ist doch voll ungerecht und machst mir das Leben schwer. Ja, und deshalb sagt hier Paulus in Vers 7, so soll das alles nun etwa bedeuten, dass Gottes Gesetz sündig ist. Das heißt, liegt das Problem eigentlich am Gesetz? Wenn es das Gesetz nicht geben würde, würde ich ja gar nicht die ganzen Begierden, also in mir entfacht sehen. Aber gerade weil das Gesetz da ist, bin ich jetzt mit meinen Sünden beschäftigt. Mir sagt er hier natürlich nicht. Aber es ist doch so, ohne die Gebote Gottes hätte ich nie erfahren, was Sünde ist. Würde es dort nicht heißen, du sollst nicht begehren, so wüsste ich nicht, dass meine Begehren Sünde ist. Das heißt, hier erklärt er es, wozu gibst du das Gebot, wozu gibst du das Gesetz, damit ich meinen Zustand vor Gott erkennen kann. Ja, das heißt, ich gebe, ich gebe, Gott gibt uns hochmütigen Menschen, die wir denken, wir sind doch so perfekt und so sauber und so heilig und wir sind doch so gut. Ja, also es gibt ja auch den Humanismus, der sagt, der Mensch ist von Natur aus gut. Aber die Menschheitsgeschichte hat uns bewiesen, dass der Mensch nicht gut ist. Und heute zeigt die Geschichte mal wieder, dass der Mensch nicht gut ist. Und diese Gebote kommen in unser Leben rein und sie öffnen uns die Augen. Sie zeigen mir, oh meine Güte, was bin ich denn für ein Mensch? Guck mal, ich schaffe es nicht mal, meine Frau richtig zu lieben. Ich schaffe es nicht, meine Kinder vernünftig zu lieben. Ich schaffe es nicht mal, einfach jeden Tag nett und freundlich zu meinen Arbeitskollegen zu sein. Ich schaffe es nicht, über andere Menschen zu lästern. Ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es nicht, durch mein Leben zu gehen, ohne irgendein Gebot zu brechen. Und dann kommt noch Jesus hinzu. Was macht er? Er verschärft die ganzen Gebote. Er sagt nicht, wenn du nur mit deiner Frau ins Bett gestiegen bist, hast du mit ihr die Ehre gebrochen. Sondern wenn du ihr hinterher geschaut hast und sie dann im Herzen begehrt hast. Er kommt, er geht an die Wurzel heran und sagt, wenn die Wurzel schon da ist, dann bist du schon in der Sünde. Wenn du zu deinem Bruder gesagt hast, du Racker, du Idiot, dann bist du das Höllenfeuer schuldig. Das reicht, damit Gott dich in die Hölle schickt. Damit du für immer und ewig verloren bist. Das reicht, wenn diese Tendenz schon in deinem Herzen durch deinen Mund ausgesprungen. Das reicht. Du musst nicht erst töten, um eine Sünde zu begehen. Sondern wenn du das getan hast in deinem Herzen, wenn du es ausgesprochen hast, dann hast du es schon gesündigt. Das ist sehr hart, sehr schwer. Und dann sagt Jesus auch, mit der Sünde ist es auch nicht zu Spaß. Er hat gesagt, wenn du siehst, dass dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Also wie wir heute so Larifare mit der Sünde umgehen, so geht Gott nicht mit der Sünde um. Die Sünde ist ein Trennungsgrund für Gott. Die Sünde ist der Grund, warum Gott die Menschen urteilen und richten wird am Ende der Zeit. Warum die Menschen in die Hölle gehen werden, warum Menschen ins Verderben gehen werden, weil der Mensch sündigt. Und dann sagt Gott, es ist besser, wenn wir ein Auge rausreißen und dann ins Himmelreich hineingehen, als Krüppel, als dass wir gesund in der Hölle sind. So klar und klar und deutlich. Übrigens hat Jesus viel mehr über die Hölle gepredigt, als über den Himmel. Hat mal jemand zusammengezählt. Ja, und wir haben Angst, solche Dinge zu betonen, zu besprechen. Aber das ist relevant. Es ist relevant. Deshalb musste Jesus, oder nicht musste, deshalb ist er am Kreuz gestorben. Weil die Sünde so heftig ist in Gottes Augen. Wir erkennen das nicht. Wir verstehen das nicht. Wir verstehen nicht, was es bedeutet, heilig zu sein. Wir verstehen nicht, was es bedeutet, ohne Sünde zu sein. Wir gucken aufeinander und vergleichen miteinander. Ja, und dann denke ich so, ja, ich bin ja ein bisschen besser vielleicht als der Mensch. Guck mal, alle lügen doch. Das ist unser Maßstab. Wir denken, alle sind Sünder. Alle sind verdorben. Ja, und dann vergleichen wir uns mit Sündern. Aber wenn wir Gott nehmen, der heilig ist und der keine Sünde kennt. Also er kennt sie schon, indem er sie auf sich genommen hat. Dadurch hat er sie kennengelernt. Aber er selbst ist nicht in Sünde. Er handelt nicht gegen sich selbst. Sondern Gott ist seinem Wort gegenüber treu. Nicht wie wir. Wir sagen eine Sache und dann tun eine andere Sache. Ja, wir wollen Gutes tun, schaffen es aber nicht. Deshalb das Gesetz ist unser Leben hineingekommen, um unseren Zustand zu beleuchten. Es ist wie eine Lampe. Ja, ich meine, es gibt einen Bereich in unserem Haus, manchmal, wenn wir Gäste zu uns nach Hause einladen und wir haben irgendwie nicht so fleißig aufgeräumt. Und dann mache ich das ganz gezielt. Dann mache ich an einem Fenster die Rollos runter und das Licht aus, damit man dort alles nicht erkennen kann. Ja, damit sich die Gäste wohlfühlen können. Weil wenn ich das sehe, fühle ich mich nicht wohl. Dann denke ich, dann werden sie sich auch nicht wohlfühlen. Deshalb, solange es dunkel in unserem Herzen ist, erkennen wir nicht unseren Zustand. Und dann kommt das Gesetz in unser Leben hinein und zeigt, oh, oh, ich bin ein Sünder und ich komme zu kurz vor Gott. Die Sünde aber, Vers 8, jetzt guck mal hier, und das ist jetzt unser großes Dilemma in Vers 8. Die Sünde aber gebraucht dieses Gebot des Gesetzes. Das heißt, die Sünde in mir, die Sünde in mir, die sündhafte Natur in mir. Es nimmt das gute Gebot, dieses gute Vorhaben, diesen guten Wunsch, den ich habe. Nichts zu rauchen oder nichts zu trinken oder nichts zu sündigen oder nichts zu töten, wie auch immer und so weiter. Die Sünde aber gebraucht dieses Gebot. Also etwas in mir, das gibt es da und das hört von diesem Gesetz und es möchte dieses Gebot brechen. Die Sünde aber gebraucht dieses Gebot des Gesetzes, um in mir alle möglichen Begierden zu wecken. Ohne das Gesetz ist die Sünde nämlich tot. Das ist das, was die Sünde in mir tut. Es weckt plötzlich die ganzen Begierden. Früher habe ich ohne das Gesetz gelebt. Erst seit das Gesetz mit seinen Geboten in die Welt kam, wurde auch die Sünde in mir lebendig. Und damit brachte mir das Gesetz den Tod. So hat mir Gottes Gebot, das den Weg zum Leben zeigen sollte, letztendlich den Tod ausgeliefert. Na danke Gott, danke, dass du das Gesetz reingebracht hast. Es war ja davor schon schwierig, dir gerecht zu werden und so weiter und so fort. Und jetzt durch das Gesetz, was denn jetzt? Jetzt gibt es die ganzen, danke Gott. Also man könnte frustriert sein, oder? Als ob er mit uns ein Spielchen spielen spielt. Aber das Problem ist nicht das Gebot, weil das Gebot führt uns zum Leben, wenn wir dem Gebot folgen könnten. Aber in Vers 11, denn die Sünde benutzte es, um mich zu betrügen. Die Gebote, die mir eigentlich Leben bringen sollten, brachen mir nun den Tod. Es bleibt also dabei, das Gesetz selbst entspricht Gottes Willen. Jedes einzelne Gebot ist heilig, gerecht und gut. Jedes einzelne Gebot, also das Problem liegt nicht an dem Gesetz, sondern das Problem liegt im Vers 13. Kann aber etwas, das gut ist, meinen Tod bewirkt haben? Nein, ganz und gar nicht. Es war die Sünde, der Sünde. Aber gerade dadurch, dass die Sünde das Gute benutzte, um mir den Tod zu bringen, hat sie sich als Sünde entlarvt. Erst durch das Gebot ist sie in ihrer ganzen Abscheuligkeit sichtbar geworden. Das heißt, durch das Gebot erkenne ich die ganze Abscheuligkeit meiner Natur. Ich weiß nicht genau, also ich bin verheiratet, habe Kinder und ich schüttle immer noch den Kopf über mich selbst. Wie kann ich nur? Wie kann ich nur? Und die Abscheuligkeit meiner Natur als Menschen wird immer, immer wieder sichtbar. Und ich denke, warum kriege ich das nicht raus aus meinem Leben? Vers 14. Das Gesetz ist von Gottes Geist bestimmt. Also das Gesetz sogar, welches im Alten Testament geschrieben wurde, wurde von Gottes Geist bestimmt. Das wissen wir genau. Ich aber, und jetzt kommt, ist ganz wichtig, ich aber nur ein Mensch und der Herrschaft der Sünde ausgeliefert. Wie im Sturm ausgeliefert oder die wortgenaueren Übersetzungen sagen hier, ich wurde unter die Sünde verkauft. Wir, als wir vor tausenden von Jahren, als wir von der Frucht gegessen haben, haben wir uns unter die Sünde verkauft. Ja, wir sind Sklaven geworden. Sklaven können nicht selber über ihr eigenes Leben bestimmen, sondern Sklaven werden regiert und werden bestimmt. Das heißt, da gibt es eine, bei Sklaven heißt es immer, es gibt einen Herrscher, es gibt jemanden, der Macht hat und dieser Mächtige, der hat Gewalt, der kann dein Leben zerstören, der kann über dein Leben bestimmen. Du hast keine Freiheiten, du hast als Sklave gar keine Freiheiten, gar nicht, außer vielleicht zu atmen. Ja, aber der Hausherr oder der, abhängig vom Sklavenmeister, ob der gut oder schlecht ist, wirst du für Kleinigkeiten bestraft und gestragen, aber du bist nicht Herr über dein eigenes Leben. Und ich glaube, das ist das, was wir eigentlich ganz oft auch noch als Christen erleben. Wir erleben und erdecken, ich bin nicht Herr meines Lebens. Ich will doch das nicht tun und tue es trotzdem. Es hat Macht über mich. Ja, das heißt, das heißt auch, wenn der Sklave sich mit seinem Willen dagegen sträuben wird, ich werde mich heute meinem Hausherrn widersetzen. Aber er kann nichts tun, weil der Hausherr hat, Macht er hat, Gewalt er hat, er hat Soldaten er hat, dies, das und so weiter. Er ist jemand, der Macht hat. Das heißt, er zwingt mich zu der Arbeit, wenn ich es nicht will, sogar mit Peitschen heben. Das heißt, der Teufel, der hat die Macht über uns Menschen. Wir haben es im Teufel verkauft und wir sind Sklaven der Sünde geworden. Es gibt keine freien Menschen auf dieser Erde. Natürliche, freie Menschen. Es gibt keinen Menschen. Jeder Mensch steht unter dieser Macht. Und je mehr er sich Mühe gibt, das Gesetz Gottes einzuhalten, umso mehr wird er Widerstand in sich selbst merken, dass diesem Gesetz Gottes entgegenstrebt. Kommt euch das alles bekannt vor? Also mir kommt das bekannt vor. In Vers 15 heißt es, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Kennt ihr das? Ich verstehe selbst ja nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Was ich verabscheue, das tue ich. Einmal habe ich mir fest vorgenommen, das war, ich weiß nicht, da habe ich mir irgendwie vorgenommen, dass ich heute meiner Frau besonders Liebe zeigen möchte. Und das war noch in Leidenstein. Ich weiß nicht genau, habe ich da irgendwie irgendwas für sie getan, kann mich nicht so genau erinnern. Und wir haben es richtig gefetzt. Ja, ich habe dann, genau, ich habe die Küche aufgeräumt, dachte so, ich räume jetzt die Küche auf, ich helfe ihr ein bisschen und so weiter und so fort. Und am Ende war das nicht gut genug. So habe ich es verstanden. Und dann, man kann ihnen nicht gerecht werden. Und dann eigentlich aus diesem Liebesbeweis, den ich geben wollte oder zeigen wollte an dem Tag, also besonders die Küche auf, räume nicht nur ein bisschen oder so, ist dann daraus ein Streit entstanden. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein, gerade an dem Tag, wo ich es mir so vorgenommen habe. Warum eskaliert das gerade heute so? Wir haben uns so gefetzt, dass wir keinen Bock mehr aufeinander hatten für ein paar Tage. Distanziert und kalte Herzen und verletzte Herzen, alles Mögliche. Ich wollte es nicht machen. Wie oft wollte ich meine Eltern gut ehren, Vater und Mutter gut ehren. Obwohl ich die Bibel nicht kannte, war das in meinem Herzen drinne damals als junger Mensch. Und was ist in meinem Leben passiert? Wie oft habe ich meine Eltern verletzt? Wie oft habe ich meine Eltern entehrt? Wie oft habe ich mir vorgenommen, meinen Bruder zu lieben und mit ihm gut umzugehen als älterer Bruder? Und wie oft habe ich ihn verprügelt in meinem Leben? Wie oft habe ich ihn geschlagen? Ich weiß noch genau, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt gehabt, als ich frisch Christ geworden bin, dieses Konzept habe ich noch nicht gecheckt und bis heute bin ich noch dran, es zu verstehen. Und dann bin ich Christ geworden, dann kommt mein Bruder. Mein Bruder war noch kein Christ und er wollte auf ein Blasfeier am Markt gehen, das ist da bei Lüböcke, mit Karussells und Besäufnis und dies, das, da habe ich auch immer mitgesoffen und so. Und dann ruft er mich nachts an, weil ich habe gesagt, ich hole ihn ab. Ich hatte Auto und so weiter und er wollte Party machen. Da hat er mich nachts angerufen und ich bin so ein Mensch, wenn du mich, also ich weiß nicht genau, der Heilige Geist hat keine Macht über mich, wenn ich müde bin. Das ist mein Gefühl. Und dann bin ich wach geworden. Ich bin immer sehr gereizt, wenn man mich mitten in der Nacht weckt oder sowas. Ich kann schlecht schlafen halt. Und dann ruft mich mein Bruder an, aber ich habe versprochen, ich habe mir vorgenommen, Michael, wenn du gleich, wenn du abrust, musst du mit ganz viel Liebe mit ihm umgehen. Du bist jetzt Christ und du sollst Licht sein und so weiter und so fort. Und dann hole ich meinen Bruder ab und er ist betrunken. Sein Freund ist auch dabei, ist auch betrunken. Und dann, mein Bruder sitzt hinten, sein Freund sitzt vorne und dann habe ich angefangen, mit seinem Freund über Jesus zu sprechen. Also hat sich so entwickelt und das hat mein Bruder so gereizt. Er sagt, oh, jetzt kommt dann hier, er textet meine Freunde zu und so weiter und so fort. Und dann hat das genervt und plötzlich wurde ich so zornig über ihn. Ja, da kam der alte Michael raus. Das war mitten in der Nacht, mitten in der Straße. Ich bin mit dem Auto angehalten. Ich steige aus aus der Tür, gehe nach hinten, mache die Tür auf, hole aus und pack! Mitten ins Gesicht. Er steigt aus, wir ringen ein bisschen und dann fällt da irgendwie ein Grab mit Brennnesseln hinein. Das ist der frisch wiedergeborene Christ. Das ist der, der jetzt sein Leben Jesus gegeben hat, der sich Mühe gibt, andere Menschen zu lieben, seinen Bruder zu lieben. Ich wollte neu werden, ich wollte anders sein. Er steigt wieder ein ins Auto und dann die ganze Fahrt bis nach Hause. Dann hat er gesagt, oh, du Christ und dies, das und du wolltest und so weiter und so fort. Und guck, was du gemacht hast, oh, du Heuchler und so. Hat er recht gehabt, ne? Hat er recht gehabt. Aber am Ende hat Gott doch die Situation benutzt. Und dann standen wir dann vor dem Haus und dann der Freund, der so, oh, ihr Isaacs, ihr eskaliert immer so, ihr Idioten und so weiter. Aber die sind immer, alle kannten das von uns, dass wir uns prügeln. Und dann stand ich dann vor meinem Bruder und sagte, du Idiot, habe ich zu ihm gesagt. Ich habe angefangen zu weinen, das kennt er von mir nicht. Er kennt nicht, dass ein älterer Bruder weint. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich wollte dich abholen, ich wollte mit voller Liebe dir begegnen und so weiter. Du hast mich die ganze Zeit provoziert und ich bin durchgetickt. Und er so zu mir plötzlich, nein, weine nicht, weine nicht. Und er hat dann meine Faust genommen und sagte, hau mich lieber, hau mich lieber. Das war ihm lieber, als einen zerbrochenen Bruder zu sehen, älteren Bruder zu sehen. Und das war das Ereignis, wo er auch ins Nachdenken gekommen ist in seinem Leben. Warum bin ich so, wie ich bin? Also da hat wirklich Gott ein Wunder gemacht, hat aus Mist was Gutes gemacht, wie immer. Danke, Herr. Aber hier habe ich mir was vorgenommen und ich habe gemerkt, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, das tue ich nicht. Aber was ich verabschule, das tue ich. Vers 16, bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handele, dann stimme ich Gottes Gesetz zu und erkenne an, dass es gut ist. Das heißt, wenn du ein Mensch bist, wenn du das Gesetz Gottes einhalten willst und du bist frustriert darüber, dass du es nicht einhalten kannst, du bist frustriert darüber, dass du immer wieder fällst, damit beweist du Folgendes, dass du das Gesetz Gottes gut findest. Und das ist schon mal ein guter Schritt. Das ist sehr, sehr gut, dass du es so empfindest. Da hat Gott schon in dir ein gutes Werk gemacht. Vers 17, das aber bedeutet nicht, ich selbst tue das Bisse. So, und jetzt kommt was ganz Interessantes, was der Paulus tut. Jetzt trennt sich der Paulus hier von der Sünde. Sagt nicht, ich selbst tue das Böse. Nicht, ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Sie nimmt mein armseliges kleines Ich, das eigentlich Gutes tun will. Die Sünde, diese Macht, diese Macht in meinem Leben kommt und zwingt mich, zwingt mich zu dieser Sünde. Ja, ich kenne das Gesetz und dann kommt es und dann peitscht es mich zu sündigen. Sündige, sündige. Und ich versuche mich dagegen zu wehren und ich schaffe es nicht. Vers 18, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Und zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, jetzt kommt das Wichtige hier, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Und das ist das, was wir haben. Uns fehlt die Kraft dazu. Und wenn es uns vielleicht gut geht, dann können wir für eine gewisse Zeit einigermaßen vielleicht brav sein. Aber sind wir müde, sind wir erschöpft, sind wir gestresst, sind wir Multitasking machen, sind wir besorgt, dann merken wir, dass uns die Kraft plötzlich in solchen Situationen, dass sie nicht da ist, dass sie fehlt. Und wir versagen, wir stressen, wir schreien, wir sind aggressiv, wir greifen an, wir verteidigen uns, wir sind unter der Sünde, wir sind unter der Macht der Sünde. Ich will eigentlich Gutes tun und doch tue ich das Schlechte. Ich farbscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Paradox. Und ich glaube, dass wir Christen uns ganz, ganz, ganz viel in diesem Bereich befinden. Wir befinden uns in dem Bereich, wo wir diese guten Wünsche haben, Gutes zu tun. Und wir ärgern uns so oft und so viel, dann sind wir wieder abends, sind wir auf den Knien oder beten oder haben schon das Beten aufgegeben vielleicht. Und hoffnungslos, weil wir sehen, Herr, wo bist du eigentlich überhaupt in meinem Leben, warum veränderst du mich nicht, warum greifst du nicht ein, warum bin ich immer noch so eine Sau, warum tue ich das, was ich tue, warum bin ich so ein Sünder, warum bin ich so verdorben, warum bin ich so abscheulich, warum, warum, warum. Vers 20, wenn ich, wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handele, dann ist ja klar, nicht ich selbst bin es, der bei mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde, diese Macht. Nicht ich bin es, der bei mich bestimmt, sondern die Sünde in mir. Das ist die Macht, unter die wir uns Menschen verkauft haben. Jeder Mensch befindet sich unter dieser Macht. Jeder Mensch. Jeder Mensch in dieser Welt, ob er will oder nicht will, er ist in dieser Sklaverei drin und der Feind herrscht durch das Fleisch, durch die sündhafte Natur, durch den Egoismus in dem Menschen. Und der Mensch kann sich dagegen nicht wehren. Es ist unmöglich. Deshalb gibt es auf der Erde keinen einzigen Menschen, der ohne Sünde ist. Gibt es nicht. Es ist einfach nicht möglich, so einen Menschen zu finden. Also die Sünde in uns. Vers 21, ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Ständig mache ich dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Und somit in Vers 22, ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und mache mich zu seinem Gefangenen, zum Sklaven. Es ist das Gesetz der Sünde. Also wir merken, es ist ein Gesetz. Es ist eine Macht, dass man Handeln bestimmt. Und jetzt kommt Vers 24. Ich mag diesen Ausdruck, weil da habe ich mich schon so oft befunden. Ich, unglückseliger Mensch. Wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Wer wird mich daraus herausholen, dass ich, ich kann, es ist unmöglich für mich jemals in das Himmelreich zu kommen, aufgrund von diesem Gesetz der Sünde. Im Gegenteil, je mehr ich mir Mühe gebe, umso mehr falle ich. Ich, unglückseliger Mensch. Wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Ich bin bereits befreit. Also wir waren unter dem Gesetz der Sünde, so heißt es hier. Und jetzt sind wir bereits befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde. Kennen wir alle, oder? Kennen wir diesen Widerspruch? Kennen wir diese Kämpfe? Diesen Frust, der daraus entsteht? Und jetzt kommt Römer 8 und eigentlich müsste dieses Kapitel da nicht stehen. Eigentlich müsste es das gleiche Kapitel sein, aber es ist halt da. Dann geht es hier weiter. Wer nun mit Jesus verbunden ist, wer nun, jetzt ist was Neues. Wir haben vorhin gelesen, als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, am Kreuz, und wir an ihn geglaubt haben, ist etwas passiert. Da gab es einen Regierungswechsel eigentlich. Aber uns fehlt oft das Verständnis und die Erkenntnis darüber. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Christen, wir Christen, ich auch, dass wir uns am allermeisten in Kapitel 7 bewegen. Wir bewegen uns in dem Versuchen, Versuchen, Versuchen nicht schaffen. Ja, ich sollte doch den Menschen von Jesus erzählen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich sollte doch beten, habe es aber nicht geschafft. Ich sollte doch freundlich sein, habe es aber nicht geschafft. Ich sollte doch dienen, habe es aber nicht geschafft. Ich sollte unterstützen, habe es aber nicht geschafft. Und zum Großteil ist das auch die Regel. Und jetzt kommt Kapitel 8 und Kapitel 8 verändert alles. Hier heißt es nun, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wer an ihn glaubt, wer ihn als seinen Herren angenommen hat, deshalb Herr, Herr Jesus, oder Herr, und dann Sünde ist Herr über mein Leben. Aber hier gibt es einen neuen Herrn. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Jetzt, das ist er für uns, und ich glaube, weil wir das Evangelium nicht wirklich erkennen, wenn jemand wirklich an Jesus glaubt, du wirst von Gott nicht mehr verurteilt. Es gibt keine Anrichtung von Schuld und Sünde mehr, weil Jesus es auf sich genommen hat. Er hat deine Schuld, meine Schuld, er hat sie auf sich genommen. Und die ganze Strafe, die mich treffen sollte, das ganze Höllengericht sozusagen, hat Jesus auf sich genommen. Das heißt, er hat den Becher des Zornes getrunken. Und er hat jeden einzelnen Tropfen des Zornes auf sich genommen. Er hat alles auf sich genommen. Alles für jede Sünde, jede Schuld, die ein Mensch begangen hat. Er mit seinem heiligen Blut, sündlos im Leben, als Sohn Gottes, als reines Opferlamm, hat diese Strafe auf sich genommen, denn jede Sünde, sie fordert den Tod. Das wissen die meisten Menschen gar nicht. Vielleicht nicht in unserer Welt, da kommst du ins Gefängnis, aber bei Gott, jede Sünde fordert den Tod. Und Jesus ist dieser Anforderung gerecht geworden. Er ist am Kreuz für unsere Schuld und unsere Sünde gestorben, damit wir nicht mehr verurteilt werden. Dazu ist Jesus auf diese Erde gekommen, dass wir nicht mehr verurteilt werden, weil er möchte, dass wir gerettet werden. Er möchte, dass wir nicht in das Gericht kommen. Im ersten Johannesbrief heißt es, er will sogar, dass wenn das Gericht auf uns zukommt und wir die Liebe Gottes gut erfasst haben, dass wir sogar Zuversicht haben für den Tag des Gerichts. Zuversicht. Ich habe fest zu Zuversicht. Johann Peters hat mich vorhin gefragt und bist du bereit für die Predigt? Ich habe gesagt, mal gucken. Zuversicht. Ich hatte auch schon davor Zuversicht. Mein Mann fehlt die Zuversicht und hier will Gott, dass wir eine Zuversicht haben. Und er sagte folgendes in dem Johannesbrief. Wenn wir noch nicht vollkommen in der Liebe sind, dann rechnen wir mit Strafe. Denn vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das heißt, wenn wir seine Liebe wirklich erkannt und erfasst haben und verstanden haben, was er am Kreuz getan hat, dann werden wir frei sein von Furcht. Denn die Urangst, die dem Menschen steckt, ist die Angst vor dem Tod und eigentlich dahinter verborgen ist die Angst vor dem Ungewissen oder auch noch, das weiß der Mensch in seinem Unterbewusstsein, die Angst vor dem Vorurteil und gerichtet werden. Was kommt auf mich zu? Und Jesus adressiert oder attackiert genau diese Furcht und sagt, vollkommene Liebe treibt diese Furcht aus. Wenn wir an ihn glauben, dann gibt es keine Anrechnung mehr von Sünde. Du bist wirklich frei. Ja, du kannst es glauben. Du bist wirklich frei. Gott wird dich nicht verurteilen. Du bist gerechtfertigt durch das Blut seines Sohnes. Nicht durch dein Tun, nicht durch dein Bemühen. Und jetzt kommt etwas, was wir checken müssen. Ja, und das, wie, ich muss das Gesetz nicht mehr einhalten? Wie, ich muss mich nicht mehr bemühen? Wie, ich muss nicht mehr diesen, ich brauche mich, es ist, diese ganzen Anstrengungen, das Gesetz einzuhalten, sind sinnlos geworden? Ich muss es nicht mehr machen? Und die Bibel sagt ja. Warum? Weil Jesus schon den Zorn Gottes auf sich genommen hat. Und es gibt keinen Zorn mehr übrig für mich. Es gibt es nicht. Jesus hat den ganzen Zorn, da ist nichts mehr drin. Da ist kein, oh Herr, bitte bestrafe mich. Gott sagt, sorry, geht nicht. Jesus hat alles auf sich genommen. Wenn ich jetzt dich bestrafe, werde ich meinen eigenen Sohn mit meinen Füßen treten. Und das werde ich niemals tun, weil ich meinen Sohn liebe. Ich liebe meinen Sohn. Ich werde meinen Sohn immer ehren und immer respektieren. Und was er am Kreuz erwirkt hat, hat er erwirkt. Es ist endgültig. Hör auf rum zu jammern, steh auf. Glaube an Jesus und du wirst gerettet. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen Weg, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Nur durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, unseren Messias und Erretter. Vers 2. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz, also für den Menschen, der an Jesus glaubt. Für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde. Ja, das Gesetz der Sünde, wir versuchen und schaffen es nicht, wir versuchen und schaffen es nicht. Für diesen Menschen gilt nicht mehr das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Der Mensch wurde nicht nur gereinigt, er wurde nicht nur heilig und gerecht gesprochen, als Jesus am Kreuz gestorben ist und wir an ihn geglaubt haben und ihm unsere Schuld und Sünde bekannt haben. Sondern der Mensch wurde versiegelt, heißt es in der Bibel, mit dem Heiligen Geist. Jesus ist in den Himmel gegangen, er ist dort und dann hat er den Heiligen Geist geschickt. Guck mal, es heißt, im Johannesbrief heißt es hier, in Kapitel 14, da heißt es, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde meinen Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Einen anderen Beistand, nicht den gleichen, einen anderen Beistand geben. Dann heißt es hier, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Das, was Gott uns da schenkt und gibt, ist bis in alle Ewigkeit. Das fängt hier an auf der Erde, dadurch, dass ich an Jesus glaube, dass ich Buße tue und das fällt bis in alle Ewigkeit. Dann heißt es, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Hier heißt es, diesen Beistand und dieses Wort Beistand hier hat mehrere Bedeutungen. Also einmal Beistand, er steht uns bei, aber es gibt auch noch ein schönes Wort und ich denke so, was für ein schönes Wort. Einen anderen Beistand oder heißt auch einen anderen Fürsprecher und einen anderen oder einen anderen Helfer oder einen Unterstützer oder ein Herbeigerufener. Ich denke, das Wort Helfer, der Heilige Geist kommt in mein Leben als Helfer hinein. Als Helfer, mit was will er mir denn helfen? Er will mir helfen, dieses Leben zu leben. Das, was wir vorhin gelesen haben, wo es heißt, weil uns die Kraft dazu fehlte. Uns fehlte die Kraft. Das war das Hauptproblem in dem alten Gesetz der Sünde-System. Wir wollen einen halten, aber wir haben nicht die Kraft dazu. Und jetzt erhalten wir diesen Heiligen Geist in uns, der uns diese Kraft gibt. Dieser Helfer. Und ich finde dieses Wort Helfer so, ich weiß nicht genau. Ich hätte lieber einen, ich hätte lieber auch so wie früher im Gesetz der Sünde einen Sklaventreiber. Aber, dass er mich genauso zwingt, ich kann gar nicht, ich bin nur gerecht, ich mache nur Gutes. Boah, am liebsten würde ich dir gerne auf die Nase hauen, aber ich kann dich nur lieben, ich kann dich anders. Boah, am liebsten, ey, ich würde dich gerne so gerne hassen, aber ich kann dich nur lieben. Boah, ich würde, und ich kann gar nicht anders. Man, das wäre so cool, oder? Aber Gott ist anders. Er ist kein Sklaventreiber, sondern er ist ganz sacht und dezent. Ein Helfer. Ein Helfer. Weißt du genau, manchmal haben wir das, wir Männer oder Jungs zum Beispiel, wir tragen eine schwere Kiste zum Beispiel und so. Und dann kommt es von der Seite und sagt, soll ich dir helfen? Ne, ne, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. So dieses bisschen Selbstbeweisen und so weiter. Wir lassen uns nicht helfen von dem Beistand. Wir machen es selber. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, das wir in unserem Leben haben. Das haben wir in Römer Kapitel 7, da haben wir, da wird von einem Glauben gesprochen, ohne dass es da so erwähnt wird. Und zwar den Glauben an mich selbst. Ich kann es schaffen. Ich glaube an mich selbst. Wisst ihr was? Und jeder Mensch, der ans Kreuz kommt, der hat Folgendes verstanden. Deshalb brauche ich ihn, weil ich es nicht schaffen kann. Deshalb brauche ich diesen Messias, deshalb brauche ich diesen Erretter, weil ich vom Gesetz verdammt bin. Warum haben dann die Huren, die Zöllner und die ganzen Sünder, warum haben sie an Jesus geglaubt? Warum nicht die Pharisäer und Schriftgelehrten? Ein paar schon, die es erkannt haben. Aber warum gerade diese Leute, weil das Gesetz hat sie so verurteilt, dass sie keinen Ausweg mehr haben. Sie haben verstanden. Oh meine Güte, wie kann ich diese Sünden wegwischen in meinem Leben? Wie kann ich den Ehebruch wegwischen in meinem Leben? Wie kann ich den Mord wegwischen in meinem Leben? Wie kann ich die Lüge wegwischen? Sie wussten nicht, sie hatten keinen Weg nach dem Gesetz, sind sie ausgeschlossen. Dann kommt Jesus und sagt, ich habe das Gesetz erfüllt. Ich bin der Erretter der Welt. Wenn du an mich glaubst, wirst du ewig leben. Boah, wie so ein Sünder, der, was, wenn ich nur an dich glaube und dann werde ich ewig leben und ich bin gerecht vor Gott? Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat uns gereinigt, aber uns auch seinen heiligen Geist gegeben, seinen Helfer, seinen Beistand, seinen Fürsprecher. Das ist der, der für spricht für uns. Wenn wir hingefallen sind, ist der im Himmel und redet zu dem Vater und sagt, du, Vater, da und so weiter und so fort und dies, das. Er vertritt uns vor Gott, wie wir uns selbst nicht vertreten können. Er ist der wahre Anwalt, der gute Anwalt, der uns gegen die Angriffe des Teufels schützt, aber der uns auch Kraft gibt, wenn wir es zulassen. Und ich glaube, dass es unser Problem in der Christenheit zum Großteil ist. Wir stecken immer noch in Kapitel 7. Ich auch. Manchmal checke ich es für eine Woche, dann wieder Kapitel 7 für ein paar Jahre, dann wieder eine Woche Kapitel 8 und dann wieder ein paar Jahre Kapitel 7. Und ich merke, ich habe Jesus noch nicht wirklich erkannt oder ich habe ihn erkannt, aber ich habe nicht erkannt, was er am Kreuz für mich getan hat. Deshalb möchte ich uns ermutigen, lasst uns beten dafür, dass wir fragen, dass wir erkennen können, das ganze Werk Jesu Christi am Kreuz, was er wirklich für uns getan hat. Das volle Ausmaß, Verstehen, Erfassen, weil davon hängt, Sieg oder Niederlage hängt davon ab, von dieser Erkenntnis, von dieser Offenbarung. Wir brauchen Gottes Hilfe dabei. Wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in unserem Leben jetzt da. Du musst nicht mehr alleine kämpfen. Der Heilige Geist ist in deinem Leben als Helfer da. Als Helfer. Sind wir uns überhaupt des Heiligen Geistes bewusst? Oder gibt es nur mich, ich, ich strenge mich an, ich, ich, ich die ganze Zeit? So geht es mir oft. Und dann werde ich, komme ich an den Punkt der Ermüdung. Und dann merke ich plötzlich, dann gibt es einen Autopiloten, weil ich sage, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wenn du es nicht tust und der Herr sagt, oh hallelujah, eigentlich hat er es gecheckt für eine Woche. Und dann erlebe ich plötzlich eine Woche von Fliegen, eine Woche von auf Wasser laufen, wie wir es letzten Sonntag gehört haben. Ich merke, wie Gott mich trägt, wie Gott mich führt, wie Gott mir Kraft gibt. Vers 3. Vers 3. Und entmachtete sie dadurch. Dem Moment, wo Jesus am Kreuz starb, entmachtete er dir. Die Sünde hat keine Macht mehr. Und wir beschäftigen uns immer noch mit der Sünde. Die Sünde hat keine Macht mehr. Sie kann dich nicht mehr verdammen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Du musst sie gar nicht mehr mit Gesetz beschäftigen. Wir müssen uns mit Jesus und dem Heiligen Geist beschäftigen. Vers 4. So kann sich in unserem Leben, so kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist, wer bestimmt? Bestimmt, bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unserer Leben. Und das ist, glaube ich, hier so der, was wir verstehen müssen. Wir können abgeben an den Helfer. Wir können uns helfen lassen. Und wir können Gott, Gottes Geist in unserem Leben, hier und heute, das Steuer übergeben. Und wir müssen nicht mehr, wir haben eine andere Option. Früher hatten wir keine andere Option, jetzt haben wir eine andere Option. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinem selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wenn uns Gottes Geist leitet, wenn wir uns von Gottes Geist helfen lassen, als Helfer, wir müssen lernen, wirklich viel Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Wenn wir hier in den Gottesdienst kommen, wenn wir hier Lobpreis machen, wenn wir das Wort hören, dann wollen wir mit Gott Gemeinschaft haben, mit seinem Geist Gemeinschaft haben. Wir sind hier nicht gekommen, um ein Menschenreden zu hören oder Menschen singen zu hören. Wir wollen, dass Gottes Geist in unserer Mitte wirkt. Und dass, wenn wir nach Hause kommen, dass wir nicht sagen, hey, wie war der Gottesdienst und naja, das war gut, das war schlecht und dann wieder diese Moralgeschichte machen, sondern Gottes Geist hat gewirkt. Er hat an mir gewirkt. Ich bin so dankbar dafür. Dafür, danach müssen wir diesen Hunger entwickeln und hungrig werden nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Nicht nach dem Wirken der Menschen, sondern nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Vers 6 Wozu uns die alte, sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Also wir haben immer noch die Wahl. Wir haben die Wahl, weil Gott uns nicht wie Sklaven behandelt, sondern wir dürfen uns freiwillig jeden Tag entscheiden, ob wir nach dem Heiligen Geist leben oder nach dem alten Menschen leben. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Wenn wir nach dem Geist Gottes leben, ist eine Frucht davon Frieden und Leben. Wenn wir uns von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, leben wir automatisch in der Auflehnung gegenüber Gott. Denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzordnen. Sie kann es ja auch nicht. Es geht nicht. Sie kann es ja nicht. Es geht nicht. Vers 8 Deshalb kann Gott an solchen Menschen keinen Gefallen haben. Wie kann Gott an einen Menschen Gefallen haben, der ständig gegen ihn rebelliert? Deshalb will Gott den alten Menschen nicht erretten. Er will das alte Abtun am Kreuz. Der alte, sündhafte Mensch wird nicht das Himmelreich ererben. Er wird nicht dort hineingehen, sondern der neue Mensch in Christus. Das ist der, der das Himmelreich ererben wird. Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert. Interessant, ne? Wir sind nicht mehr unserem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Das ist das Ziel Gottes gewesen, in unser Leben seinen Geist einzubringen, damit wir uns von seinem Geist bestimmen und leiten lassen. Nicht mehr ich. Ich bin fertig. Ich bin am Kreuz beendet. Ich schaffe es nicht. Deshalb, Herr, hier ist mein Leben. Deshalb, wenn ich auch die Taufe durchführe, frage ich immer an der letzten Frage. Auch bei Christen, besonders bei Christen, weil es kann sein, dass wir als Christen aufgewachsen sind, dass wir christlich sozialisiert sind. Und es kann sein, dass wir an Jesus glauben, aber wir haben ihm niemals die Herrschaft übergeben. Niemals. Wir halten unser Leben fest und benutzen Jesus, damit er unser Leben segnet. Bitte hilf mir da. Wo ist der Unterschied zwischen anderen Götzen dann in diesem Fall? Es ist genau das Gleiche. Die Menschen in Indien haben Millionen von Göttern. Gott für Krieg, Gott für Liebe, Gott für das. Und sie benutzen diese Götter, gerade wie sie so, was sie brauchen für ihr Leben. Aber haben wir Jesus als unseren Herrn angenommen, haben wir wirklich unsere Knie gebeugt und gesagt, Herr, hier ist mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir alles ab. Ich weiß nicht mehr selber. Ich kann nicht mehr selber. Herr, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und ich möchte mich von deinem Heiligen Geist bestimmen und leiten lassen. Ja, bei der Taufe, wo der alte Mensch stirbt und wieder übrigens, wer sich taufen lassen möchte, ich lade euch ein. Wer Fragen dazu hat, kommt auf mich zu. Wirklich konkrete Schritte mit Jesus zu machen. Nun aber seid ihr nicht länger euren selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren. Wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde noch dem Tode ausgeliefert, also wir müssen sterben, der Körper muss sterben, das ist eine Auswirkung von Sünde und Tod. Doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten aufweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Sein Geist, dieser Geist, der bei uns bis in Ewigkeit sein wird, der uns hilft, der uns beisteht, der ist es auch, der uns von den Toten auferweckt. Oder deshalb werden wir auferweckt, weil wir den Geist Gottes haben. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht mehr länger ihren Wünschen und ihren Verlangen folgen. Wir müssen nicht mehr dieser alten Natur folgen und ihren Wünschen und ihren Verlangen. Wir müssen nicht mehr. Denn wer ihr folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes, vorhin haben wir gelesen im Vers, mir fehlt die Kraft dazu und im Vers 18 heißt es, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Und dann heißt es hier, denn wer ihr folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Der Sieg besteht daran, mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben und nach dem Heiligen Geist zu leben. Dadurch habe ich Macht über mein altes Wesen, über die fleischige, sündhafte Natur. Ich werde die Sünde nicht vollbringen, wenn ich nach dem Heiligen Geist lebe. Also nicht mehr Gesetz der Sünde, ich streng mich an, sondern ich folge dem Heiligen Geist. Ich lasse mir von ihm helfen und dadurch erringe ich den Sieg. Alle, die sich von Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Das ist eine Natur der Kinder Gottes. Nicht nur, dass sie an Jesus glauben, sondern dass sie auch sich vom Geist Gottes regieren lassen, bestimmen lassen. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir zwar Kinder Gottes, aber vielleicht nicht so die gehorsamsten Kinder, sondern eigenwillig und stur. Man nennt es auch fleischig. Wir sind fleischig gesinnt, obwohl wir errettet worden sind, ist unser Denken immer noch auf die Erde, auf unseren Egoismus, auf unsere Selbstverwirklichung ausgelegt. Wenn ihr mit der Kraft des Geistes, Vers 14, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, wie ich es vorhin gesagt habe. Also nicht das Gleiche, es ist keine Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Keine Sklaven mehr, sondern wie meine Kinder Freiheit haben, auf mich zu hören und nicht zu hören und ich mit ihnen sanftmütig und barmherzig umgehe, obwohl sie 10.000 Mal das Licht nicht ausgemacht haben, obwohl ich es 10.000 Mal gesagt habe, sind sie trotzdem meine Söhne und Töchter. Und wenn irgendein Fremder in mein Leben hineinkommt und sagt, boah, und der macht alles korrekt und alles richtig, werden trotzdem mein Sohn und meine Töchter, sie werden alles erben, nicht dieser Diener. Weil sie zu mir gehören, weil sie meine Genetik haben. Genauso brauchen wir auch die Genetik Gottes. Den Heiligen Geist. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, weil wir diesen Geist haben. Vers 16. Gottes Geist selbst gibt uns diese innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus, auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Weil wir seine Kinder sind, werden wir auch eines Tages seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Die Absicht dieser Predigt ist einfach, dass wir uns darin wiederfinden. Dass wir uns wiederfinden in unseren Versuchen, in unseren Bemühungen und dass wir realisieren, dass uns etwas fehlt. Und wenn wir das heute in dieser Predigt, wenn das passiert ist, du merkst, boah, mir fehlt etwas. Mir fehlt diese Kraft. Gott arbeitet immer durch die Sehnsucht. Er erzeugt immer in einem Menschen erst die Sehnsucht und dann erfüllt er diese Sehnsucht. Als er Adam, meine Frau, geschaffen hatte. Der hat nicht einfach Adam und Eva gleichzeitig geschaffen, sondern er hat erst Adam geschaffen. Und er hat Gott ihm die ganzen Tiere vorgeführt in Pärchen. Und Adam sollte sie benennen. Eins hier Hund, Katze, dies, das und so weiter. Und dann jedes Mal, wenn er wahrscheinlich so ein Tier benannt hatte, guckt er hier, hier, sagt er, die sind alle in Pärchen, aber ich bin alleine. Und dann erst, als die Sehnsucht in seinem Herzen entstanden ist, nach einem Gegenüber, dann wurde Adam in einen Tiefstraf verlegt. Und dann wurde die Eva geschaffen. Wenn wir keine Sehnsucht haben nach dem Wirken Gottes in unserem Leben, dann wird auch nie etwas passieren. Gott arbeitet durch die Sehnsucht. Wenn wir merken, uns fehlt diese Kraft, ich bin immer noch im Alten drin, obwohl ich an Jesus glaube. Ich habe es nicht gecheckt. Und übrigens, nochmal zurück zum Anfang hier auch. Wir haben vorhin über Ehebruch gehört. Das heißt, wenn ich nach dem Gesetz lebe und versuche, nach dem Heiligen Geist zu leben, das ist genau das Gleiche, als wenn ich verheiratet wäre, aber versuche, mit einer anderen Frau zu leben. Ich bin ein Ehebrecher in diesem Fall. Ich muss sterben für das eine, oder sie muss sterben, das Gesetz muss sterben für mich, damit ich mit jemand anders verheiratet sein kann. Legal. Ja, und genauso auch, da können wir uns auch mal fragen, bin ich vielleicht so entstellt auch in diesem Punkt? Ich lebe nach dem Gesetz und versuche nach dem Heiligen Geist, aber du kannst nicht beides gleichzeitig haben. Das funktioniert nicht. Ich habe oft gebetet, Herr, du siehst doch, ich gebe mir Mühe, warum unterstützt du mich nicht? Naja, weil du dir Mühe gibst. Wann stirbst du eigentlich? Wann gibst du auf und überlässt mir die Regierung in deinem Leben? Wir können nicht beide gleichzeitig heiraten. Das wäre ein Ehebruch. Deshalb, mit wem bist du verheiratet? Auch wenn du schon lange im Glauben unterwegs bist oder frisch, wie auch immer. Mit wem bist du verheiratet? Mit dem Gesetz oder wirklich mit Jesus, mit dem, was er für dich am Kreuz getan hat? Mit seinem Heiligen Geist, weil das ist das Wirken Gottes jetzt in unserem Leben. Hier und heute arbeiten wir mit dem Heiligen Geist zusammen. Er wirkt, er überführt, er macht Dinge. Und nächstes Mal werden wir noch mehr tiefer hineintauchen über das, was der Heilige Geist alles tut und was er macht. Und dazu möchte ich euch einladen, uns einladen, mich selbst auch einladen, einmal nochmal zu prüfen und zu fragen. Wenn du vielleicht noch gar nicht von diesem Heiligen Geist was gehört hast und du hast diesen Frieden gar nicht in dir, dann mach heute klare Sache mit Jesus und bekomme diesen Frieden durch den Heiligen Geist in deinem Herzen. Erfahre Sündenvergebung, wie Gott dir alles wegwischt und dir keine Sünde mehr anrechnet. Nach dem Gottesdienst hier zu unseren Betern mit einem blauen Bändchen, könnt ihr hingehen. Zu mir könnt ihr auch kommen, wenn ihr Fragen habt. Auch wenn ihr heute das Gefühl habt, ich brauche Kraft, ich brauche irgendwie diesen Heiligen Geist. Geht auf die Beter zu. Lasst für euch beten, dass Gott dich mit der Kraft des Heiligen Geistes ausrüstet. Das werden wir beim nächsten Mal auch noch tun, noch mehr anders und tiefer aus einer anderen Perspektive. Wo stehst du in deinem Leben mit Jesus? Welche Priorität, welchen Platz hat der Heilige Geist in deinem Leben? Nehmt diese Gedanken mit, denkt mal drüber nach, lest es noch einmal, diese Kapitel, die sind schwierig zu entschlüsseln, schwierig zu verstehen. Aber wir haben einen Weg, wir müssen nicht mehr nach dem alten Menschen leben. Wir können nach dem Heiligen Geist leben und der wird uns Kraft geben. Amen. Ich bete noch einmal mit uns zusammen. Vater im Himmel, du liebst dein Volk, du liebst die Menschen so sehr. Und du siehst auch, du bist wie ein guter Vater. Du siehst, wie wir uns immer Mühe und Mühe und Mühe machen. Herr, und deshalb hast du uns, hast du unsere Not angesehen. Deshalb hast du unsere Situation gesehen, dass wir kraftlos sind. Und du kommst als Helfer in unser Leben. Vater im Himmel, ich bitte dich durch deinen Sohn Jesus Christus, dass wir eine starke Offenbarung bekommen über den Heiligen Geist. Dass wir eine starke Erkenntnis bekommen, dass du heute durch den Heiligen Geist in uns lebst und dass du uns helfen möchtest, ein Leben zu leben, welches dir wohlgefährlich ist. Und mit dir, Jesus, deinem Heiligen Geist, ist es möglich. Schenke uns Offenbarung darüber. Im Namen Jesu Christi. Amen.